2100, der Podcast von Rails Love, der in die digitale Zukunft blickt. Willkommen im Jahr 2100. So, moin Tim, hey. Moin, hey, wir sitzen ja gar nicht im Bulli heute, Jan. Ja, das ist ja so traurig, das war so eine schöne Zeit. Ja, heute ist Halbfinale, Tag Nummer zwei, kurz vorm Finale. Die EM neigt sich dem Ende und unsere Bulli-Tour ist zu Ende. So ist es, ja. Wobei, nicht ganz, aber das spoiler ich noch nicht, denn, ja, schöne Erfahrung. Also, wir haben hier Barrierefreiheit und Fußball gesprochen und wo ich am Anfang auch selber noch skeptisch war, ob das die zwei Themen irgendwie so gut zu passen, passt einfach super zusammen. Also, im Nachhinein denke ich auch so, wie Faust aufs Auge, passt das einfach gut zusammen. Ja, Station Nummer eins, Ambient Innovation, Gespräch mit Felix. Was ist dir hängen geblieben, Tim? Also, hängen geblieben ist mir erst mal, es war ein super heißer Tag. Davon haben wir ja gerade im Kölner Sommer nicht so viele. Heute ist es wieder richtig, doch, es ist warm, aber es schüttet wie Sau. Aber bei Ambient war das einfach so ein richtiger, guter Sommerabend. Das hat mir gut gefallen. Und mit Felix war es interessant, über die Erfahrung zu sprechen, die Ambient gemacht hat. Mir ist natürlich hängen geblieben. Also, das Thema B2B, ne? Also, das ist ja das, womit wir in diesen Tag auch reingegangen sind, um mit Felix zu sprechen. Weil das natürlich, wir haben ja über das BFSG schon häufig gesprochen jetzt im Podcast und auch irgendwie hier bei uns im Team und so und denken immer, ja, das ist eigentlich ein Thema, das betrifft nur B2C-Anwendungen. Und welchen Einfluss hat das eigentlich gerade, das Thema oder das Gesetz auf die Diskussion von Wärefreiheit auch im Konzernumfeld, bei der Gestaltung von Arbeitssoftware? Und das war interessant, dass wir uns darüber ausgetauscht haben, fand ich. Denn das machen ja Unternehmen jetzt gerade so aus einer ganz eigenen Motivation heraus, Barrierefreiheit, also digitale Barrierefreiheit in Digitalprodukten umzusetzen, weil gerade dann größere Konzerne ja auch ein wahnsinnig diverses Team haben, wo wahrscheinlich einfach viele Menschen mit Behinderung unterwegs sind, die halt auch von diesen Arbeitswerkzeugen profitieren müssen, die unter anderem Felix und sein Team halt entwickeln. Und das ist schon cool, dass sie das auf dem Schirm haben, dass er da gute Erfahrungen mitgemacht hat, mit seinen Kunden und da gerade schon Leute gefunden hat in Projekten, die darüber Lust haben zu sprechen, ohne dass sie vom BFSG betroffen sind. Ja, ja. Also ich finde es auch, ich finde auch, wie die, ich glaube, wir haben noch das Thema Teams besprochen, wie die sich organisieren intern, wie das so abläuft. Auch wieder festzustellen, das Thema Barrierefreiheit ist halt schon irgendwie länger präsent in unseren Köpfen und trotzdem geht es noch so viel aufzuholen bei unseren Kunden. Ja, also ich finde es auch gut, gerade im B2B-Kontext, dass dort ja auch zum Teil ja auch so eine intrinsische Motivation da ist, weil wenn du als Corporate ein größeres Corporate-Konzern leitest, hast du ja unter Umständen auch betroffene Personen in deinem Arbeitsumfeld, die das Thema auch betreffen und deshalb sollte man ja auch, sollte man ja auch sozusagen barrierefreie digitale Produkte zur Verfügung stellen, genauso wie man auch barrierefreie Eingänge bereitstellt und so weiter und so fort. Station Nummer zwei. Cologne Intelligence. Cologne Intelligence. Polen gegen Frankreich. Ich erinnere mich deswegen so gut, weil das Essen so perfekt gepasst hat, was sie uns aber warte mal, wir müssen ja natürlich jetzt nochmal auf unsere Check-In, wir haben ja unsere Check-In-Fragen, nicht umsonst, aber wir haben unsere Tipps nicht mehr auf Parat, aber die waren alle daneben. Nee, Kroatien, Frankreich bei Ambient saß ich auf dem Punkt 1-1. Ah, stimmt, aber Kroatien, Frankreich, das war das, nee, das war, nee, das war. Kroatien, Italien. Ja, und das war doch das Hammerspiel, das war doch das absolute Hammerspiel, also das habe ich gefeiert, ey, und ja, das habe ich richtig gefeiert. Cologne Intelligence, so, das perfekte Essen zum Polenspiel gegen... Wahnsinnig nette Truppe, tolle Gastgeber, hat richtig Spaß gemacht dort vor Ort und dann natürlich das Newcastle United-Shirt ist mir sehr in Erinnerung geblieben, ich habe es immer noch nicht angehabt, ich würde es gerne und fand es schön, dass wir dann später mit Marco von Denkweg auch nochmal über den taktilen Schal gesprochen haben, das war doch Marco, oder? Das war Marco, aber da bist du jetzt gesprungen. Genau, bin gesprungen, aber ich dachte, super, dass wir so ein Thema sogar mittragen konnten, können wir gleich mal zu sprechen, wenn wir über Denkweg resümieren, aber mit Cologne Intelligence war natürlich einfach ein super Produktort, also Alexander, einfach ein total guter Produkttyp, super Designer, also hat richtig Spaß gemacht, da so ein bisschen die Bälle, Fußballbälle hin und her zu spielen und zu überlegen, wie können Digitalprodukte helfen, Alltagssituationen barrierefreier zu gestalten? Weil da haben wir ja quasi den Brückenschlag geschafft, dass nicht nur Digitalprodukte barrierefrei zu nutzen sein sollten, sondern dass sie auch selbst irgendwie Teil der Lösung sind, weil sie halt Alltagserfahrung barrierefreier, barriereärmer gestalten können, wie dann eben seine Stadionerfahrung in Japan. Und das ist natürlich für mich als Produktentwickler einfach ein Home-Turf, also da bin ich einfach zu Hause und habe da immer Spaß dran, über sowas nachzudenken und zu überlegen, was könnte man denn noch bauen und wie könnte man das denn noch alles zusammenbringen. Ja, also das war genau, das war das Gespräch, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, digitale Barrierefreiheit, da dürfen wir auch mal das Web und Mobile verlassen und kommen mal oder können mal über andere Technologien sprechen. Was ich dann im Nachhinein in meinem Talk bei der Koks Digital da mitgenommen habe, weil ich das Beispiel des taktilen Trikots natürlich aufgegriffen habe, hat mich nochmal wahnsinnig interessiert, was gibt es denn sonst noch so jenseits von Web Apps und Mobile Apps an barrierefreien digitalen Lösungen oder überhaupt an barrierenfreien Lösungen im Fußballkontext und was ich dann ja noch gefunden habe, sind dieses Beispiel von der FIFA-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland, dass die ja dann das erste Mal extra so Silent Rooms eingeführt haben für Menschen mit einer kognitiven Behinderung, sehr wahrscheinlich, damit die sich da, ich sag mal, ja weiß, ich kann das nicht bewerten, ob beruhigen oder irgendwas anderes machen sollen in einem Umfeld, wo sie mit Musik, mit Kopfhörern, mit Lichtinstallationen irgendwie umgeben sind. In welchem Jahr war das zum ersten Mal, hast du gesagt? Äh, 2000, Entschuldigung, wann war die, als Sponsor der Fortuna Frauen, wann war die Frauen-WM, welch 2023 oder 2022, aber dann zum ersten Mal. Also Frauen-Weltmeisterschaft war 23? Ja, dann war es 23. War das letztes Jahr dann erst? Ja, genau. Okay, alles klar. So, Frage, wer ist Weltmeister geworden der Frauen-23? Kleinen Tipp steht dieses Jahr im Endspiel der Herren-EM. Ja, dann natürlich Niederlande. Richtig, Spanien. Ja. Okay, so. Auch coole Truppe, cooles Public Viewing, Parkplatz, unseren Bildschirm aus dem Bulli ausgepackt. Also was so alles in so ein Multifunktionsfahrzeug reinpasst, das ist unglaublich. Tag Nummer 3, Denkwerk Marco. Auch Top-Gespräch, weil auch richtig viel Erfahrung in dem Bereich und auch richtig schon auch länger dabei, auch in dem Bereich Barrierefreiheit, Digital-Barrierefreiheit, der taktile Schal, den hast du schon erwähnt. Ja genau, der hat aber gar nichts mit Fußball zu tun, also war gar kein taktiler Fanschal, sondern halt taktiles Fashion-Element. Und ich glaube, ich erinnere das so, dass das fast so eine Art Pandemie-Produkt ist, dass man sich so Remote-Hacks damit geben kann. Also so Umarmung aus der Ferne, wenn jemand an dich denkt, dass dann der Schal irgendwie so zukneift. Würde ich gerne mal spüren, keine Ahnung. Hat er auch nicht dabei gehabt, leider. Müssen wir Marco nochmal fragen. Ich sende dir gerade Hacks, 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 Hacks. Ich weiß nicht, ob wir das zusammen machen sollten. Aber okay. Aber Marco, wenn du davon noch was rumliegen hast, dann müssen wir uns so ein Ding, glaube ich, nochmal abholen kommen bei dir. Denn ich bin immer noch, ich weiß immer noch nicht, wie die das gelöst haben, mit diesem taktilen Feedback halt in dem Stoff drin. Das würde ich echt mal sehen, was da alles dazugehört. Und der meint ja sogar, es sollte waschbar sein. Also das ist Wahnsinn, was man da irgendwie alles offenbar bauen kann. Und ja, ich meine, jetzt müssen wir nur noch eins und eins zusammenzählen. Aus dem taktilen Schal von Marco und dem Trikot von Newcastle United wird jetzt hoffentlich mal der taktile Fanschal für Fortuna-Frauen. Mal gucken. Vielleicht haben wir da irgendwie ein Produkt am Start, was wir mal irgendwie auf den Weg bringen müssen. Vielleicht, genau. So, kommen wir zur Folge Nummer 4. Yes. Folge Nummer 4 bei Nexum. Spoiler. Ja. Das Gespräch war super. Das Gespräch war super. Es war ein eh total schöner Tag bei Nexum. Müssen wir erstmal vorweg sagen. Volle Fußball-Power da vor Ort am Start mit Fortuna Köln, FC Köln, FC Kopenhagen und natürlich Georg als Vertreter oder Schausch als Vertreter von Mönchengladbach den ganzen Tag im Fanschal unterwegs. Und das war eine runde Nummer. Insgesamt ein tolles Event, was Nexum auf die Beine gestellt hat und schön, dass wir da Teil von sein konnten. Aber leider sind wir bei der Aufnahme mehr oder weniger über ein Kabel und unsere eigenen Füße gestolpert und haben den Ton verballert. Genau. Der so mies ist, dass wir ihn nicht gebrauchen können für eine Aufnahme, der auf jeden Fall nicht dem guten Gespräch irgendwie würdig ist, dass wir es mit so schlechtem Ton raussenden. So, das sind die schlechten Nachrichten. Die guten Nachrichten sind, wir holen das Gespräch nochmal nach. Also, wir haben uns eigentlich gesagt, wir beenden diese Fußball-Barrierefreiheits-Podcast-Bulli-Reihe vor dem Finale, was ja sozusagen jetzt am Sonntag wäre. So, und wir möchten aber das spannende Gespräch mit Georg nochmal nachholen und deshalb wird es dazu nochmal eine After-EM-Sendung geben zum Thema Barrierefreiheit und Fußball. Ja, weil Nexum, Schorsch, eine große Verbundenheit zum Fußball hat, auch verschiedene Clubs betreuen, wie Tim eben schon sagte, fängt es doch mal was anderes um Personalisierung. Wobei ich dann auch dachte, Personalisierung und Barrierefreiheit, digital Barrierefreiheit, muss ja gar nicht voneinander so weit entfernt sein, weil es geht ja auch ein bisschen darum, wie wir, wie man die, wie man Customer, User anspricht und so weiter und so fort. Und das war ein runder Abend, weil wir da auch ein Event hatten, deshalb vielen Dank nochmal fürs Hosten, war so ein schöner Abschluss so vor Ort, waren auch ein paar Leute aus der Community dabei und den Podcast, den holen wir auf, da freuen wir uns immer drauf. Dann werden wir uns nochmal unterhalten über diese ganzen Themen und genau, so, das war die Podcast-Bulli-Tour. Wir werden sie weiter fortsetzen, denn Tim und ich haben mega Spaß. Wir haben jetzt einen gut ausgestatteten Bulli, also Multifunktions, ich glaube, Marta hat das gesagt, das Multifunktionsfahrzeug, also es ist ein, also ich mache das jetzt mal so, wie Steve Jobs 2007, weißt du, es ist ein Fahrzeug, ein Camper, ein Podcast-Studio, ein Fahrzeug, ein Camper, ein Podcast-Studio, do you feel it? Genau, ein Fahrzeug, ein Wohnzimmer würde ich sagen, ein Podcast-Studio, denn es ist ja toll, wir hatten immer unsere Campingstudie dabei und ja, na klar, das ist einfach, das macht Spaß damit, unterwegs zu sein. Deswegen, wir nehmen eure Anregungen hier in den Kommentaren entgegen, was unser nächstes Thema für die nächste Bulli-Tour wird. Und wir haben selbst schon Ideen geplant, denn wir haben auf jeden Fall Lust, nochmal das ganze Equipment da reinzuladen und wieder weiter loszufahren. Daher ist das bestimmt nicht die letzte Folge aus dem Bulli gewesen, die ihr jetzt hören werdet, wenn wir sie mit Georg nachproduziert haben, sondern danach geht es hoffentlich weiter. Und auch das Thema Barrierefreiheit ist bei uns nicht zu Ende gedacht, sondern das geht ja gerade erst los. Wir sind ja jetzt irgendwie extra in diesem Sommer losgefahren, um zu gucken, wo stehen denn eigentlich alle und was passiert denn eigentlich jetzt gerade schon. Aber wenn wir uns vorstellen, dass das BFSG im nächsten Juni in Kraft tritt und wie Jan schon im Podcast gesagt hat, dann Ingo Zamperoni am 1.1. abends in den Tagesthemen sagt, dass das jetzt bald kommt, dann erwarten wir schon, dass da in den Folgetagen halt anfangen, die Leute etwas aufzuwachen und sich noch mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und auch das möchten wir natürlich begleiten, um zu gucken, wie verändert sich das Ganze dann über die Zeit und was machen wir da für neue Erkenntnisse und wie können wir allen Unternehmen dabei helfen, Barrierefreiheit vernünftig und pragmatisch im Unternehmen umzusetzen. Genau. So, langer Rede, kurzer Sinn. Das war unser kleiner Recap zum Thema digitale Barrierefreiheit und Fußball. Ich möchte mich nochmal sehr bedanken bei Marco Zingler, bei Schorsch, bei Felix, bei Andreas und auch bei Jens, Alexander, Entschuldigung, Alexander und bei Jens auch und an unser eigenes Team, nämlich für die Super-Orga, von Tate, die die ganzen Fotos gemacht hat, die ihr bei LinkedIn sehen könnt. Martha, die die wunderbaren Texte geschrieben hat auf LinkedIn und diese wären natürlich nicht möglich, hätte nicht Francesco irgendwie zugehört während der Aufnahme und schon mal die Dinger rausgepickt, die wichtig sind. oder auch mit seinem kleinen Pleo-Device nachgeholfen hat. Super cool. Uns macht es Spaß. Ich glaube, ihr werdet uns nochmal im Bulli sehen, bin ich mir sehr, sehr sicher und wünsche euch dann, ich glaube, als nächstes ist ja Frauenhandball-Weltmeisterschaft oder irgendwie Basketballspiel, also tolle weitere Spiele in einer Sportart, die ihr mögt. Also ich gucke jetzt erstmal Tour de France, ist ja klar, ne? Boah. Ja, ich hätte gerne wieder mal so einen Boxkampf, ehrlich gesagt, aber... Okay, ja, dann bin ich dann raus. Na gut, also guckt den Sport, der euch begeistert. Sport ist super und dabei viel Spaß und bis zum nächsten Podcast hier, ob aus dem Bulli oder aus dem Home-Studio wie heute. Macht's gut. Ahoi! 2100. Der Podcast von Rails Love, der in die digitale Zukunft blickt. Willkommen im Jahr 2100. Dieser Podcast wird produziert von LENAT Media, deiner Agentur für Business-Podcasts.